Galatone Galatone Galatone, dessen Name Gala aus dem Griechischen stammt und Milch heisst, ist eine solenthinische Kleinstadt. Es ist eine landwirtschaftliche Gemeinschaft, in welcher Viehzucht früher die Hauptquelle des Reichstums und der örtlichen Entwicklung darstellte. Ein Ortsteil von Galatone liegt am Ionischen Meer nördlich von Galipoli und die Stadt ist unter den zehn Einwohner stärksten Gemeinden der Provinz Lecce. Im Jahr 2005 wurde Galatone offiziell zur Stadt erhoben. Einst bezeichnete das Wort Choria jene Dörfer, dessen adliche byzantinische und hellenophener Herkunft waren und in denen sich die griechische Sprache mit dem örtlichen Mondat vermischte. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020